guten tag schön euch zu sehen bleibt ein weilchen und hör zu wir sind wieder da haben viel gefangen viel bekommen special items food viel haben wir für später noch aufgehoben und data items haben auch gefunden wofür auch immer die da sind weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht werde ich auch noch rausfinden schauen wir mal wieder in die schule werde mal alles selecten und rüberladen von allen die mit waren rinni hat relativ wenig mit fein 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 weapons haben jetzt richtig viele um uns mega auszurüsten für die nächste loot tour gerade die 9mm pistole die könnte unserem trail gut gefallen medical haben auch noch einiges zum heilen mp3 player okay gloves und goggles okay das ist quasi die verteidigung wo ich nicht wirklich verstehe inwiefern mp3 player bei verteidigen helfen soll der mp3 player kann dabei helfen dass man nicht in panik verfällt das wäre vielleicht sogar ganz gut für die um die haste für die elaine die ein bisschen panisch ist um mit hilfe dessen kann sie wird sie vielleicht ein bisschen um aufgelockert das schieben die weste und die um paintball plate werde ich meinem typen gehen weil der ist wirklich der stärkste er hat er kann sich ja die kogels nehmen ha 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 sehr schön der ist mal richtig schön ausgerüstet unser rick was haben wir denn sonst noch supply sind lauter schöne tote rädchen unique gegenstände die ganzen roten sachen sind unique auch interessant rising sun patch ein abzeichen müsste das sein ich hoffe alle waren fleißig und der zaun ist repariert worden fence repair sind noch drei stunden damit beschäftigt das heißt wir waren ja zwei stunden weg interessant also rein optisch war glaube ich die zeit die war hier dauernd glaube ich oder die ist jetzt wieder repariert zu den anderen seiten hin also zur vorderen seite her war der zaun intakt nach wie vor mehr oder weniger da ist ein bisschen rissig kann man auf jeden fall noch verbessern die qualität vom zaun da schaut er auch sehr intakt aus und hinten rum war er intakt wahrscheinlich wird sowas wie vorne da noch ein bisschen repariert die kleinen löcherchen noch gestopft drei stunden werde auch mal rauf schauen vielleicht hat es sogar irgendwas gebracht vielleicht ist sie jetzt kooperativer jetzt mit dem mp3 player vielleicht ist jetzt ein bisschen ruhiger und wir können eher mit ihr sprechen schauen wir uns das vielleicht auch noch an interessiert mich jetzt auch brennend und die musik ist so geil da steht sie elaine und damaged can you talk to me why are you crying ok ja flugzeug und sie ist wieder komplett fertig das ist wahrscheinlich ihre familie so wie wir verloren im flugzeug can you tell me what happened schade schade ich würde jetzt ganz gern sagen ich war auch auf diesem ich war auch auf dem plane ich war auch im flugzeug und ich habe auch viel verloren vielleicht hilft dir das das bringt nichts ich habe versucht so einfühlsam wie möglich zu sein aber das ist alles noch zu früh für elaine trotz der geilen kopfhörer die sie jetzt hat eine heiße soße was wir haben doch irgendwo eine heiße soße gefunden können wir ihm irgendwie die heiße soße zukommen lassen das ist auch schon wieder alles weg gestapelt worden alles essen wir wollten kaffee nicht irgendwer kaffee so reden wir mal mit der nita die wird uns hassen wahrscheinlich weil wir da wen mitgenommen haben schokolade geht er aber glaube ich ganz ok rini ist verletzt so wie wir akkus die mag akkus haben die gute rini und akkus haben wir doch schnapp dir doch mal die akkus haben wir auf jeden fall welche gefunden vielleicht können wir die geben i have some rechargeable batteries sehr schön das heißt wir könnten sie ihr geben so jetzt möchte ich gern nachschauen wie gut es ihr geht ob sie mies drauf ist oder nicht ja sie sind alle normal könnte aber vielleicht sogar besser gehen und sie ist verletzt also wer weiß vielleicht geht es ein bisschen besser wenn wir sagen wir haben hier batterien für dich schön dass wir helfen haben können es kommt immer so ein zombie laut nachdem wir mit leuten gesprochen haben hätte aber jetzt besser sein können hätte mehr einfluss haben können vielleicht dann über die nacht dass sie sich freut dass sie die rechargeable batteries hat wofür auch immer wofür auch immer ok ähm einen zaun reparieren ich werde das jetzt mal mit allen machen ok die kümmern sich jetzt mal um fence repair brauchen drei stunden obwohl sie könnte schon mal mit der well anfangen braucht 30 parts start building ja ok jetzt brauchen die anderen noch vier stunden ähm ist aber ok würd ich sagen wow 96 stunden what the fuck ok ganz schön heftig ganz schön äh ein langzeitprojekt past time at shelter 4 stunden so wie schaut der zaun aus zaun schaut gut aus das eingangsbereich war ein bisschen lädiert erkennt man nichts mehr davon ne sieht sehr gut aus gute arbeit leute super arbeit gut gemacht 40 von 100 hp hat er dabei mal sie braucht noch 92 stunden um das ganze geschichtel da zu reparieren also er könnte auch ein upgrade to produce various weapons items oder ein chemie typ ähm ja ist alles besser als keinen job zu haben da fehlt aber der skill und workshop und die parts teilweise uuuh ok eine waffe hier richten das ist auch schön sie ist noch unkooperativ und 3 kümmern sich um den zaun 4 entschuldigung haha 23 stunden mhm 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 Zeit verstreichen lassen 5 stunden ist das maximum ok ok 8 stunden brauchen sie noch um diesen brunnen zu machen und der tag ist schon zu ende lasst wir laufen mal rauf und da steht auch schon unser bett Zeit zum schlafen gute nacht ja wir haben 44 essen bekommen scheinbar haben 18 davon verwendet und haben aber jetzt noch einiges auf der hohen kante moral bonus auf jeden fall gut dass wir eine funktionierende toilette haben dass der generator funktioniert und für luxus items haben wir moral bekommen also zum beispiel für den für die batteries die wir unserer reni gezeigt haben ja und so haben wir eigentlich mehr bonus gemacht als malus 26 mehr das ist schon mal ziemlich cool das heißt wir haben die moral verbessert die war minus 188 und die ist jetzt minus 162 das ist schon mal ne nette sache Antibiotika haben wir keine gebraucht Essen haben wir jetzt eben mehr als vorher und beim treibstoff glaube ich haben wir jetzt weniger ja für den generator haben wir 4 verwendet 7 haben wir noch da müssen wir uns auch auf jeden fall was einfallen lassen Davies sagt jetzt holt uns her und sagt du mir ist da was zu ohren gekommen Reni sagt wir haben wenig supplies wenig medizinische supplies im moment übrig sie sagt ja wir haben sehr wenig Antibiotika um ähm das Fieber zu kontrollieren wahrscheinlich von von dem von dem Typen der unten liegt und ja wir verlieren den diesen Patienten wenn wir es nicht schaffen paar Antibiotika ähm her zu beordern Duck heißt er aber wir wissen das nur erhand von seiner Führerscheine ähm ja ich würde jetzt nicht sagen warum wollen wir das Leben für ihn riskieren sondern ja ich bin dafür dass wir ähm sein Leben retten es gibt eine Apotheke in Brady muss man ein bisschen hinlaufen gut dass es uns auf der Karte zeigt ah fragen wir mal warum nicht in in ein äh Hospital ja und er sagt ja das was er gehört hat von der Polizei ist es der letzte Ort an dem man sein möchte das heißt da geht es ziemlich übel zu natürlich sind alle hingekommen die ihre Verletzten äh behandeln behandeln wollten und ja das hat dazu geführt dass äh viele noch dort sind in welcher Form auch immer ok dann sagen wir gut dann schauen wir nach Brady wäre schön wenn wir es jetzt hinkriegen die Supplies zu kriegen aber ähm ja er ist noch nicht crucial das heißt ihm geht es noch einigermaßen gut die Antibiotika werden wir auf jeden Fall in unsere auf unser Lager legen das machen wir ihm mit allem weil ansonsten kann er damit nichts anfangen ist wie mit dem Essen äh ich könnte jetzt auch sagen nur mit den Typen da die wir da in unserer Party haben da ist nicht viel anzufangen ne natürlich wir werden das machen die Infektion tötet Leute innerhalb von drei Tagen passt ich werde schauen was sich machen lässt und da sind auch schon so ein paar Zombies soll ich mich um die kümmern und er sagt na deswegen habe ich dich nicht herbeordert ähm sondern um dir zu zeigen wir haben den Zaun repariert und deswegen sind sie noch draußen und wir noch am Leben und das äh war wirklich sehr wichtig also vielen Dank dafür gerne geschehen ähm weil wenn ich jetzt so auf großen Macker mache 1,2,3,4,5,6 Leute alleine ich bin glaube ich der einzige in der Party das könnte übelst enden ja danke 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 natürlich viel Courage hat es erfordert aber gerade weil wir so viel verloren haben haha auch geil wir können natürlich auch sagen ähm erinnere dich immer daran wer den Zaun aufgebaut hat ähm du schuldest mir was du kannst jetzt gehen haha ja sagen wir mal komm Davis ich mach das oh Rene gehts gar nicht gut Migräne und ähm mit Aspirin wär sie in unserer Party aber wär dann natürlich nicht happy dann haben wir einen ordentlichen Moral Minus und wenn wir hier sagen komm nimm den Tag frei schlaf dich aus dann glaube ich könnte das mit der Moral sehr zutun und mit dem Minus 100 irgendwas Moral machen wir das auf jeden Fall Elaine meine Liebe magst du vielleicht helfen stattdessen? Na? Na wie siehts aus? okay sie sagt schon mal ein bisschen mehr es war alles sehr knapp oh du hast für einen bestimmten Grund überlebt sie sagt ja vielleicht und sie braucht Zeit für sich allein okay schon auf jeden Fall besser uns gehts auch besser wir haben uns gut erholt Rene was machst denn du da? ich dachte du bist äh nicht hier du solltest schlafen ich mag schon wieder Flashlights ach und wie schauts mit den Jobs aus 23 Stunden brauchen wir jetzt doch noch ok Rene steht zwar da ist aber sick das heißt die hat keine Möglichkeiten heute ähm mitzumachen für 24 Stunden Elaine ist immer noch unkooperativ aber es scheint ja schon ein bisschen besser zu gehen das ist zumindest mal so das Positive was wir draus nehmen können ich würd sagen wir suchen uns wieder eine Party zusammen und starten los jetzt 23 Stunden zu warten bis der äh bis der OL funktioniert das machen wir eher wieder später Davies hast du noch was zu sagen? ein Deo und Kaffee hätten wir sogar könnten wir ihm sogar geben aber behalten wir uns das jetzt erstmal noch auf ihr haben wir gestern was gegeben heute ist sie krank gestern Batterien heute ist sie krank äh gut äh ich werde dann noch ins Jobport schauen und ähm mach jetzt so eine kurze Pause bis zu den Augen und so weiter und wir sehen uns dann bald wieder Bye Bye Where were you When the sky fell down When my life turned round For good Amen